Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster hier heute am Sonntag. Oh, da kaufen wir schon die ersten Hüte. Die Hüte gehen weg wie warme Semmeln. So, wir brauchen jetzt hier hinten definitiv meine Toilette. Oh, ist da der Eingang, da ist der Eingang. So. Hm. Vielleicht sollte ich erstmal einen Weg errichten. So, den mache ich immer ein bisschen breiter. So, aber nicht so breit. Ganz so breit brauchen wir ihn dann doch nicht. So, zack und zack. Das reicht jetzt schon so. Denn ich möchte erstmal, ich möchte hier zwei Toilettengebäude dran bauen. Das ist so, eins ist immer so, ja, wenn dann hier erstmal der richtig große Run losgeht und die Leute kommen in den Park und stürmen hier alles, dann brauchen wir auch ein bisschen Platz. Was passiert denn hier mit dem Weg? Der Weg ist irgendwie leicht retardet. Kann das sein? Ist ja doof. Dann muss ich ihn halt noch einen Ticken breiter machen. So, aber Weg, wenn du mir jetzt immer noch hier in die Suppe spuckst, dann bin ich sauer auf dich. Ah. Aber ich frage mich, warum der hier so komisch. Naja, gut. Ich weiß nicht, warum das hier so komisch wird. Ich kann es absolut auf dem, also beim besten Willen kann ich es nicht verstehen und nicht sagen, warum. Aber gut. Ähm. Ja, ne? Wir schließen den jetzt einfach mal hier so an. So. Dann machen wir hier halt Büsche hin. Da könnte man hier jetzt zum Beispiel Mülleimer oder Bänke hinstellen, wenn denn das dann mal reinkommt. Okay, Mülleimer haben wir ja schon, aber noch keine, die so wirklich parkmäßig gedacht sind. Also es sind ja schon eigentlich eher, ähm, sind ja schon eher so Mülleimer, so, ja, so große, große Container. So. Fragt mich nicht, warum. Irgendwie ist das mal eine bevorzugte Kloform. Äh. Es geht halt so schön schnell. Ich meine, ein Klo, das ist halt ein Klo. So. Obala. Wo, wo will ich denn hin mit der Wand? Da will ich eigentlich hin. So. Die wird jetzt hier rumgedreht. Wäht? Umgedreht. So. Und nuuuh da oben. Zack, zack. Und, nee, stopp. Runter. Nochmal runter. Und nochmal runter. Alles klar. Jetzt brauchen wir natürlich wieder noch ein, ein, ein Wandschild. Ich würde fast sagen, dann nehmen wir wieder das hier. Dann nehmen wir das hier. Komm, nehmen wir das hier. Das haben wir so selten genommen bislang. Juuuut. Hier so viel Notfall. Ähm. Was wollte ich? Scenery. Nature. Wir haben leider noch keine, ähm, keine Hecke oder sowas. Also Hecken müssen wir uns momentan noch selber bauen. Und das werde ich hier auch prompt mal tun. Wäre ganz cool, wenn sowas wie Hecken dann auch irgendwann mal gibt. Obwohl es ja so ist. So ist es ja auch ganz in Ordnung. Also ich will mich jetzt hier nicht, nicht irgendwie großartig beschweren. Es ist ja schön, dass man wirklich die Büsche, wenn man denn meint, man müsste eins zu eins ineinander platzieren kann. Ähm. Denn damit hat man einfach, so. Zack. Denn damit hat man natürlich auch einiges an Spielraum. Hier sieht doch auch, sieht doch direkt viel schöner aus, als wenn ich das einfach nur so hingeklatscht hätte. So. Ähm. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Äh, was wollte ich denn? Ich wollte eine Lampe. Ich wollte, ja, ich wollte Laternen hier hinstellen. Und zwar kommt einer mal so da hin. Und die andere kommt hier hin. Zack. Und hier am Weg bräuchten wir auch mal noch welche. Stellen wir eine hier hin. Und die andere da hin. Und hoffen, dass es nicht zu weit voneinander entfernt ist. So. Denn wir wollen ja auch nachts irgendwas sehen. Kommt ein bisschen blöd, wenn wir da nicht mehr sehen, wo wir hinlaufen. Gucken. Der Typ, der sagt, okay, ähm, wir bauen uns ein bisschen weiter abseits. Jetzt ist halt nur die Frage, wie weit abseits denn? Vielleicht hier so hin? Dann geht's in die Richtung los, okay? Hihihi, ist der süß. Ach! Ach, sind die Wagen goldig. Die sind ja total süß. Mua. Okay, also baumtechnisch müssen wir uns hier definitiv was einfallen lassen. Ich bin echt mal gespannt, ähm, ob die Beschleuniger, ob die jetzt hier schon, ähm, die jetzt hier schon was bringen. So, also, mit Ketten. Habe ich jetzt Ketten drin? Ja, ich habe Ketten. Was sind die Ketten bei der Bahn? Okay, interessant. Entry left entry. Okay, also ich könnte, wenn ich wollen würde, könnte ich also auch die Stationen vergrößern. Warte mal. Sollte ich jetzt nicht vielleicht erstmal, bevor ich mit der Bahn beginne, sollte ich dann nicht vielleicht erstmal damit anfangen, dass ich hier, äh, hier seht ihr nämlich, das geht schon wieder nicht. Ich, ich sollte vielleicht erstmal hier so grob ein Gebäude drumherum bauen, ähm, und dann sollte ich die, die, die Bahn platzieren. Also ich halt erstmal so ein Fundament quasi baue. Damit wir wissen, wo wir lang müssen damit. Das fährt nämlich gerade mal so auf. Das habe ich nämlich bislang immer versaut. Gut, also, Fundament. Wie machen wir das denn? Machen wir ein Holzfundament und dann vielleicht so weiß drauf. Das wäre doch vielleicht eine Idee. So würde ich das machen. Also es ist schon in Ordnung, dass das, wie das hier steht. Das ist okay. Ähm. Mir fällt auf, dass ich direkt den ersten Fehler gemacht habe, denn wir müssen das ja so bauen. Hier, so. Dass die Schiene da durchpasst. Ansonsten habe ich ja denselben Quark, den ich gehabt hätte. Wenn ich das nicht auf diese Art und Weise gebaut hätte. Mitdenken, Freude schenken. Oder käme das ein oder andere Mal gut bei mir. So. Dann machen wir nämlich das jetzt hier hinten erstmal drumherum. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das ist jetzt echt blöd. Ja, dann bauen wir das hier halt einen Ticken weiter aus. Würde ich sagen. Ist ja hier auch ein bisschen luftiger außenrum. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir hier den Eingang anschließen. Aber das kriegen wir schon alles hin. Das kriegen wir schon alles hin. So. Blöd ist jetzt natürlich leider, dass ich mich immer noch zurückhalten muss, was die Aufnahmedauer angeht. Was die Aufnahmedauer angeht. Denn ich habe die neue Festplatte noch nicht. Deswegen muss ich da immer noch so ein klein wenig schauen. So. Ähm. Wand. Wand, 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 Wand. Gut. Ähm. Ja. Nein. Warum ist das denn nicht schmal? Mann. Mann. Ja, dann müssen wir es halt so machen. Ähm. Und dann hier so die Außenwand drauf. Das sollte schon alles irgendwie passen. Das reiße ich dann hinterher nochmal ab, wenn der Eingang reinkommt. Ich kann auch hier den Baum. Die Bäume hier, die haue ich erstmal weg. So. Einfach damit wir hier schon mal so ein bisschen eben, wie gesagt, dieses Grundgerüst haben. Mehr werde ich noch nicht machen. Wie gesagt, wenn der Eingang kommt, dann muss ich das ja sowieso nochmal wegreißen. Aber das kriegen wir schon alles auf die Kette. Ich bin da ganz zuversichtlich. Doch, doch. Doch, 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 doch. So. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt leider auf die Uhr schauen. Wir sind schon wieder bei meinen 10 Minuten, die ja gerade momentan auch sich so machen lassen. Von der Dauer her, oder von der Größe der Folgen. Ich brauche dringend mehr Platz. Ich habe echt schon überlegt, ob ich mir demnächst mal noch eine größere, noch eine weitere Festplatte kaufe. Und nochmal so zwei Terabyte reinknalle. Einfach, um noch mehr Platz zu haben. Mehr und mehr. Also, mehr Platz schadet irgendwie nie. Mir zumindest nicht. Also, ihr Lieben, es tut mir leid, dass wir jetzt noch nicht so weit gekommen sind, diese Folge mit der Bahn. Nächste Folge werden wir aber definitiv dann daran weiterbauen. Den neuen Coaster-Editor mal genauer unter die Lupe nehmen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Und dann unsere erste Kinderachterbahn hier bauen. Also, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Morgen geht's weiter. Und damit macht's gut. Tschüss.